Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast namens Luke und Neo und mit wir meine ich mich, Julian und mich, Nico. Guten Tag. Wir sind beide filmbegeistert und haben uns gedacht, unsere ganzen Gespräche können wir doch auch einfach mal online stellen. Interessiert zwar keinen, aber... Ja, erstmal wird es wahrscheinlich keine Hörer geben, aber... Hallo Joni! Das wird sich ja zeigen. Ja, wir haben uns ein bisschen was überlegt, was wir die erste Folge machen wollen und damit würde ich glaube auch einfach direkt anfangen, weil ich glaube organisatorisch ist es nie wirklich spannend. Genau, mit was wollen wir anfangen? Ich würde sagen, was hat dich zuletzt überrascht? Also welche Filme hast du gesehen und dachtest dir wirklich, schade, dass ich den so lange nicht gesehen habe? Ja, das dachte ich tatsächlich über den Film, über den wir gleich reden, werden Mensch, der beide sieben. Den hatte ich ja schon mega lange auf der Watchlist, du auch glaube ich und dann hast du ihn mal gesehen und ich habe so gesehen, ja, ich gucke ihn irgendwann mal und ja, vor der Folge dachte ich mir jetzt, okay, bevor wir jetzt kein Thema haben, über das wir reden können, schaue ich ihn mal und boah, alter Schwede. Okay, aber wir reden da gleich über den. Also wenn dir jetzt direkt nichts einfällt, ich hätte. Ja, sag mal. Und zwar Stanley Kubrick, natürlich berühmter Regisseur und ich bin noch weit entfernt davon, seine ganze Filmografie gesehen zu haben. Ich habe Shining schon mal gesehen, Full Metal Jacket und 2001 A Space Odyssey und irgendwie habe ich mich immer ein bisschen davor gescheut, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben auf Deutsch, glaube ich. Heißt, glaube ich, so im Englischen, hat auch einen langen Titel, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch mal einfach der komplette Titel einfach auf Deutsch übersetzt. Auf jeden Fall, da habe ich mich ein bisschen vor gedrückt, weil ich irgendwie dachte, ah, der ist schon recht alt, er ist von Kubrick und ich war jetzt nicht mega begeistert von seinen Werken. Natürlich sind es irgendwie filmgeschichtlich krasse Werke. Meilensteine so. Ja, aber ich fand die irgendwie selber nie so, die haben mich nie richtig umgehauen und bei Dr. Seltsam war der irgendwann mal in der Mediathek und dann habe ich mir den runtergeladen und dachte mir, irgendwann schaust du den mal. Und ja, letztens war es dann soweit und ich war positiv überrascht. Also er war im Gegensatz zu den ganzen anderen Werken auch nicht so lang. Also ich glaube, der geht nur 90 Minuten. Und er war wirklich witzig. Also keine Ahnung, er hat mich irgendwie einfach überrascht. Ich habe mal gehört, dass da die Kulissen ziemlich krass sein sollen. Also die Setpieces, die sollen ziemlich gigantisch sein oder sehr ausdrucksstark. Ja, also ich weiß nicht. Ich hatte ihn nicht gesehen, aber da gibt es wohl irgendwie so eine Halle, wo die Kriegsplaner, ich sage einfach mal, besprechen. Und der Raum soll wohl ganz gut designt sein. Das ist schon ein großer Raum auf jeden Fall und es bringt auf jeden Fall die Stimmung, die es bringen soll. Also keine Ahnung, Riesentisch, alle Leute, die irgendwie was zu sagen haben, drumherum. Ich habe jetzt auch einen Film gefunden, den habe ich, wann habe ich den gesehen? Das ist schon ein bisschen länger her, Anfang, da werden wir euch den gesehen. Crazy Stupid Love, habe ich geguckt. Und ich muss sagen, also ich habe dann immer so ein bisschen abgetan, als ja, ich mag ja eigentlich Rom-Coms, mag ich ja eigentlich. Aber ich habe immer gesagt, ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen einfacher alt. Und ja, es gab einfach wichtigere Filme einfach, wo ich gesagt habe, okay, den muss ich auf jeden Fall noch gucken. Und dann habe ich ihn geguckt und alter, ey, cooler Film. Also, der Cast auch, also wenn du erst denkst, das ist irgendwie so ein Low-Budget, keine Ahnung, was Film ist, dann guckst du mal den Cast an und denkst, ja, nee, das kann gar nicht so schlecht sein. Ja, und am Ende, also ich spoil jetzt nicht, aber am Ende wurde dann quasi die Auflösung, hast du ihn gesehen? Ja, ich habe den auch gesehen, ja. Die Auflösung quasi, die Auflösung, in Anführungszeichen, im Garten von den, ey, da saß ich da und habe echt richtig mitgegeben, einfach so mit grinsendem Gesicht, dass ich da, alter, mega. Ja, ich war auch überrascht von dem, also ich wusste irgendwie, dass er gut ankam insgesamt, dann habe ich den mir irgendwann auf Blu-ray ausgeliehen und habe ihn dann halt angeschaut, irgendwie mit nicht so viel Erwartung, aber allein der Cast hat schon viel richtig gemacht, also keine Ahnung, wen hast du, Steve Carell? Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, also ist das schon gut was? Ach, schon wieder Ryan Gosling und Emma Stone. Ah, warum schon wieder? Ja, keine Ahnung, die hatten ja schon La La Land zusammen und ich bin mir gar nicht sicher, war der davor oder danach? Nee, wie davor danach? Also ob Crazy Stupid Love davor war oder... Ja, der ist ja davor, oder? Das war wahrscheinlich davor. La La Land von 2015. 15. Ja, soll ich eigentlich wissen. Ja, der ist von 2011, also... Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, guter Film, kann man sich sehr gut anschauen, wenn man vielleicht ein bisschen ein Herz für Rom-Coms hat. Ja, Rom-Coms sind einfach so ein bisschen, würde ich fast sagen, äh, Guilty Pleasure, weil ich mag auch manche, äh, die nicht so gut sind. Zum Beispiel, kennst du diese, ähm, äh, Freunde mit gewissen Vorzügen, beziehungsweise diesen anderen mit, äh, Ashton Kutcher und, ähm, Natalie Portman, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich hab weder noch gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaub, Freundschaft Plus heißt der eigentlich. Freundschaft Plus und der mit, äh, Mila Kunis und Timberlake, Justin Timberlake, Hall heißt, äh, Freunde mit gewissen Vorzügen. Ich muss sagen, ich kann den beiden irgendwie, irgendwo was abgewinnen, so komisch das klingt. Also es ist echt so Guilty Pleasure ein bisschen. Ja. Wir haben uns auch überlegt, wir reden über die Lieblingsfilme, jetzt ist die Frage, ob wir das jetzt, ob vielleicht erst kurz über Manchester bei The Sea reden, die wir bei The Sea gesehen haben. Ja, Mensch, bei The Sea ist jetzt bei mir vielleicht so ein Monat her. Der hat mich definitiv auch überrascht. Also der, er mich auch. Also ich hab immer gehört, ja, der sei mega stark und so, Casey Affleck spielt gut und hab gesagt, ja, Pff, so Drama, so halt Kanon. Und hab ich ihn gestern Abend angeschaut, das war schon so recht spät und, ey, boah. Also ich werd nicht oft von so Filmen mitgenommen, gerade bei so traurigen Filmen denk ich mir auch oft so, äh, naja, okay, gut. Ja, weißt du so, wo so, versteh ich schon, ja. Ich sag jetzt mal nicht kritisierend, wo so Leute, die jetzt nicht so viele Filme gucken, die sagen, oh, mega gut und so, mega traurig, wo ich sag, ah nee, komm, also das holt mich grad gar nicht ab. Aber Manchester by The Sea, alter Schwede, also, äh, der fühlt sich auch mega echt an, so, also, das kommt ja auch oft durch die Darsteller und Casey Affleck, ohne was zu verraten, spielt wirklich so, als hätte er diese Tragödien, diese, ähm, Schicksalsschläge, alter, ich kann nicht sprechen, einfach wirklich hinter sich. Also, der spielt diesen Typ, der so völlig, ich würd was sagen, emotional, ähm, am Ende, am Ende, kaputt. Also, der ist, der ist, äh, ja, der kann, der kann nicht mehr. Ohne zu spoilern, was er erlebt hat, er hat vieles erlebt, was krass ist. Würdest du, also, wenn ich jetzt mal zusammenfassen würde, würdest du diesen einen, diesen ersten Schicksalsschlag, den man mitbekommen, würdest du den verraten? Ich mein, der Film ist von, ich weiß es. Es hat halt schon mehr Effekt vielleicht noch, wenn man das das erste Mal im Film hört, aber ich find, das ist so weit am Anfang, das kann man schon verraten. Ja, also, er hat mehrere Schicksalsschläge, aber der erste, den man auch mitbekommen kann, also, das ist in den ersten 10, 15 Minuten, glaub ich, im Film, ähm, sein Bruder stirbt. Der hat, glaub, ich hab's im O-Ton geschaut, der hat eine Herzmuskelkrankheit, glaub ich, irgendwie sowas. Und, ey, der Film macht das auch so gut, immer wieder, ähm, sieht man halt, seit, also, die Situation ist jetzt, sein Bruder ist gestorben, und er muss quasi einmal die, ähm, Hinterlassenschaften regeln, also Beerdigung und sowas, ja, das alles muss er organisieren. Und zudem hat sein Bruder ihm einen Sohn hinterlassen, vor dem er jetzt das Sorgerecht, äh, im Nachlass, äh, geregelt hat. Und mit dem muss er sich jetzt auch noch oben rumschlagen. Mhm. Und, ja, also, er spielt auch, also der Sohn, ich weiß gar nicht, der hat auch in Ladybug gespielt, ich weiß gleich, wie er heißt, kurz gucken. Könnte mal nachschauen, ja. Könnte mal nachschauen. Ist es Lucas Hatches? Lucas Hatches, genau, genau. Ah, genau, und hier, ähm, Joe Chandler, spielt ja den Bruder von ihm. Der spielt auch in, äh, Wolf of Wall Street, spielt ja den FBI. Das finde ich auch recht witzig, der, der Schauspieler heißt Kyle Chandler. hab ich auch grad gesehen, Kyle Chandler. Er spielt in, spielt in, sagt er Joe Chandler. Genau, Joe Chandler kennt man, äh, Wolf of Wall Street, da spielt er den FBI-Agenten. Ich glaube, das hast du es vertauscht, ist genau andersrum, er heißt Kyle Chandler im echten Leben. Oh, stimmt, hups. Kyle, Joe, genau, hups, ja, natürlich. Aber ja, den kennt man, der ist, äh, häufig eine der besten Nebenrollen so, also, wie nennt man das denn? Also, eine Hauptnebenrolle. Also, so, es gibt ja Nebendarsteller, die irgendwie, ja, einfach nur einmal durchs Bild laufen, aber er ist eigentlich unter den wichtigeren meistens. Genau. Und der spielt auch, der hat nicht so viel Screentime, der kommt immer dann vor, wenn es halt so Rückblenden gibt, die auch mega gut gemacht sind, weil man, es ist eben nicht so, dass man, dass einem das so auf die Nase gedrückt wird, okay, jetzt kommt wieder eine Rückblende, irgendwie Effekte und am besten schon noch dran vor drei Monaten oder sowas. Sondern es wird einfach mittendrin kurzes Leben im Jetzt gestoppt und man sieht einfach eine Episode aus seinem früheren, also vor, weiß nicht, vor Jahren oder vor Monaten oder sowas. Und da sieht man ihn und, ey, es gibt diese eine Szene. Ohne zu spoilern, wahrscheinlich weißt du gleich, was ich meine, ähm, nach einem der Schicksalsschläge zieht er von seinem Bruder aus wieder, ne, weil er da ein bisschen, also, äh, ein bisschen bleiben durfte. Er zieht aus und der, wie heißt denn der Sohn im Film? Patrick Chandler, genau, Patrick Chandler spielt dann, ähm, quasi den Sohn von seinem Bruder und der, also der ist dann noch kleiner und hilft ihm beim Auszug und dann geht er wieder rein und, ähm, er, äh, er ruft seinen Sohn, er soll ihm, äh, er soll ihm, also Casey Affleck, Tschüss sagen und dann warten die beiden draußen und stehen sich einfach nur gegenüber und, ey, das ist so krass, es wirkt weder, es wirkt nicht, ähm, so ein bisschen weird oder langweilig, sondern es hat eine, es ist mega emotional, obwohl beide nur da stehen und nichts tun eigentlich, und am Ende umarmen sie sich so, also es ist mega gut. Er hat sich seinen Platz auf jeden Fall verdient in den ganzen Listen, in denen er auftaucht, also es ist wirklich ein sehr guter Film. Ja, ja. Ich glaube, wir haben beide viereinhalb gegeben. Beide viereinhalb, ja. Ja, ja. Ich habe, ich habe nach dem Film gedacht, es wäre jetzt ein bisschen interessanter, weil ich es so richtig kacke finden würde, weißt du so, da können wir jetzt weiter drüber sagen, aber, äh, nee, ein Megafilm, also, auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf jeden Fall, ja. Und der, äh, ich würde gar nicht sagen, dass der, äh, ich dachte irgendwie am Anfang, dass er auch tatsächlich in diese Rom-Com-Ecke fällt. Ich hatte, also, als ich wirklich nur den Titel irgendwie gehört habe und dass der gut sein soll und so vom Cover dachte ich, irgendwie, es wird auch so was Romantisches, aber der, also, ist ja nicht wirklich romantisch, das ist ja eigentlich hauptsächlich schon so ein sehr niederschmetterndes Drama. Also, ich würde sagen, insgesamt ist er schon, also, fast durchweg mega traurig. Es gibt so ein paar lustige Szenen, finde ich, gerade mit, äh, seinem, seinem Neffen, ne, also, ich, also mit Familienverhältnissen kann ich mich gar nicht aus, Neffe ist das. Ja, doch, Neffe, ja. Neffe. Ähm, er hat zwei Freundinnen und dann, ja, das ist, es gibt, es gibt eine Szene, wo er, wo er, ähm, quasi ihn mit, also er will ihn quasi mit der Mutter von seiner Freundin verkuppeln, also nicht verkuppeln, aber er will, dass er, Ja, schon. Genau, ja, schon ein bisschen. Er will vor allem, dass er bei ihr bleibt, damit er mit seiner Freundin schlafen kann und nicht die Mutter immer stört, ne. Und er ist so, Es klappt aber gar nicht. Es klappt gar nicht, weil er keine Konversation aufbauen kann. Er sitzt einfach nur da, trinkt sein Bier und macht Geräusche, so, also er antwortet, also er kann auch kein Smalltalk führen, ne. Und dann kommt die Mutter halt trotzdem hoch, weil sie mit ihm nichts anfangen kann. Und dann fahren die beiden weg, also als sie dann gehen und er, also Lukas Hatches, äh, beschwert sich halt bei ihm. Äh, ja, kannst du nicht mal, äh, du kannst nicht mal Smalltalk führen. Und er ganz trocken, ne, kann ich nicht. Und es ist in dem Moment auch nicht. Naja, er hat sich so isoliert. Und es ist in dem Moment nicht mal lustig, sondern einfach nur so, also so auf den Punkt, er kann einfach so keine, keine Konversation mehr führen. Das ist, ja, krass. Er hat sich so lang isoliert, weil er eben sowas Krasses erlebt hat, dass er es halt wirklich verlernt hat, glaube ich. Ja. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Eine Mega-Empfehlung, ja. Also, noch was? Ich muss auch sagen, ich würde jetzt nicht nochmal gucken, also vielleicht irgendwann nochmal, aber dann auch wegen irgendjemandem, der ihn vielleicht noch nicht gesehen hat, aber jetzt nochmal schauen, also ich weiß nicht, das ist halt schon, ja, gibt so ein paar Filme, die richtig faszinierend sind und auch richtig gut, aber. Den will ich halt auch nicht nochmal sehen, weil der ist so ein Gute-Laune-Film, willst du nochmal sehen, aber den hier, ich weiß nicht. Der ist schon ein bisschen downer, das stimmt. Und ich muss auch sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, er beginnt sehr langsam, also die ersten fünf, also zehn, fünfzehn Minuten wird halt sein Leben so ein bisschen gezeigt, so sein, ja, so Routine-mäßig, wo du halt mitbekommst, okay, er haust in einem, in einem Zimmer, also ich meine, es ist nicht mal eine Wohnung, so ein Kellerzimmer. Ja. Und er verdient sich sein Geld durch, ja, als Hausmeister. Als Hausmeister eigentlich, als, ja, als Hausmeister. Als Mädchen für alles. Als Mädchen für alles, ja. Irgendwie hier und da irgendwelche Reparaturen machen und er selber ist natürlich jetzt auch kein, ja, kein wirklicher Charmeur oder so. Nee, er gibt so. Er gibt auch nicht wirklich Mühe. Nee, er gibt überhaupt nicht. Also er, er führt einfachste Konversationen, aber auch nur, weil die andere Person direkt daneben steht, so. Also eigentlich will er gar nicht reden, so also. Ja. So, dann würde ich sagen, haben wir das Thema abgehackt und jetzt, ach, warte mal, haben wir jetzt den Namen schon gesagt eigentlich? Des Films oder? Nee, von dem Podcast-Namen. Doch, doch, in der Begrüßung ist er gefallen. Ach so, ich hab's schon vergessen. Perfekt. Ja. Genau, Luke und Neo, also, wer so ein paar Filme geschaut hat, wird's natürlich, äh, wissen, ah, kommt bekannt vor. Genau, also Luke natürlich aus Star Wars, aus welchem Star Wars-Teil auch immer, weiß nicht. Ja, also Abteil 3. Abteil 3, okay. Ja, da wurde ihm das erstmal der Name gegeben. Und Neo natürlich aus Matrix, also genau, mein Lieblingsfilm, beziehungsweise einer meiner Lieblingsfilme. Ja. und, äh, ja, keine Ahnung, als, als, äh, so ein besserer Kennenlernen vielleicht so ein bisschen, können wir jetzt über unsere Lieblingsfilme, ich weiß, hast du, hast du, du hast keine Liste so ein bisschen der Lieblingsfilme, oder? Du hast nur die, äh, Ja, ich hab, ähm, auf meiner Letterbox-Seite hab ich vier, außer Korn. Genau. Äh, genau, wir haben übrigens noch Letterbox. Ja. Und sonst würde ich einfach mal, äh, gucken, was ich denn so am höchsten gewertet hab. Also, ich hab so eine, so eine Liste, da kann ich mal kurz drauf gucken. Ah, Ja, es sind auch 20 Filme nur drauf, also ich hab jetzt nicht irgendwie. Ja, also, äh, bei mir, wie schon erwähnt, ist, äh, Star Wars oder, jetzt nicht mal unbedingt ein, ein Teil, sondern einfach die ganze Star Wars Saga natürlich, bis auf die Sequels, von denen ich nicht so ein Fan bin. Äh, es einfach hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, also mit Star Wars einfach aufgewachsen. Bist du wirklich mit Star Wars, also, weißt du, wann du den ersten gesehen hast? So mit, also hast du den so ein bisschen so zu früh gesehen, weil meistens ist er daher die, so ein bisschen die Liebe entstanden. Ja, also ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, war es entweder kurz vor der ersten Klasse oder so erste Klasse. Ah, okay, krass. okay. Ich habe mit meinen Großeltern auf VHS geguckt, tatsächlich. Boah, nice, nice. Also auch mit Teil 4 angefangen. Aha, perfekt. Und, äh, ja, meine Oma war die ganze Zeit daneben und meinte, ja, guck doch mal hier, diese süßen Roboter da, achte gar nicht darauf, dass sie sich da gerade erschießen und so. Ja, gut, aber ich muss, also die Brutalität in Star Wars ist da ein bisschen zu vernachlässigen, auch für so. Also, der ist ab 12 der erste, das weiß ich gar nicht. Ja, doch, ich glaube. Sind die alle ab 12? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt irgendwie Versionen, die auch ab 6 sind oder auch der erste Teil könnte ab 6 sein, also der, nachdem die Prequels produziert wurden, der erste Teil. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich, das war jetzt nicht wirklich zu früh, also ich habe da jetzt kein Trauma oder so von. Und, äh, ja, seitdem hatte ich dann Interesse an dem Ganzen und ich glaube, ich habe tatsächlich dann erst die Prequels gesehen, bevor ich dann Teil 5 und 6 gesehen habe. Ah, okay. Weil die liefen dann irgendwie auf, äh, oder? Im Fernsehen? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die liefen alle immer auf ProSieben, und ich habe die dann mit zwei Kumpels, äh, geguckt, aber wenn ich mich gerade so zurückerinnere, habe ich glaube ich mit denen sogar Teil 4, 5 und 6 geguckt, also bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, die Prequels, da ich die auch eben im Kindesalter gesehen habe, sind bei mir auch, äh, besonders, ja, irgendwie abgespeichert. Ich weiß, es gibt viele, die die nicht mögen, aber ich bin ein großer Fan. Und ich finde die auch ganz, auch ganz spaßig, ne? Ja. Die kommen sich auf jeden Fall angucken. Äh, wo du gerade hier, äh, ProSieben und sowas, ich glaube wirklich, bevor ich so, ja, bevor ich irgendwie angefangen habe, auch noch Blu-Rays DVDs zu kaufen und ins Kino gegangen bin, regelmäßig, also ich habe wirklich mega viel von meinen Filmen, habe ich, ich habe eine richtig lange Zeit, einfach jeden Tag, einfach um 20.15, diesen Hauptfilm, irgendwie auf ProSieben oder auf Kabel 1, war ja immer so, äh, äh, geguckt, bevor es auch so Netflix gab und so. Ja, ja, da kommt man auf jeden Fall. Da kommt man auf jeden Fall, wenn wir da, also jeden Tag einfach so da hinsitzen und dann, mal gucken, was kommt. Man hat auch nicht, äh, nicht mega viel Auswahl, einfach gucken, so zwei Filme, einer kommt auf ProSieben, einer auf Kabel 1, guckst du einen an, so. Ja, mittlerweile ist es ein bisschen, ja mittlerweile. Schwierig, weil, also erstens kommen da jetzt nicht so die Top-Filme, die man nicht eh schon gesehen hat. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Manchmal, also ich muss sagen, manchmal, also, ja, gut, natürlich gucke ich erst mal, okay, gibt es denn auch auf Streamingdiensten? Ja, vor allem ohne Werbung und so. Genau, genau. Aber gerade so Sachen auf den öffentlichen Rechten, also wenn du, zum Beispiel auf Arte, kannst du manchmal, das mache ich heute noch, also gut, natürlich kommt dann in die Mediathek danach, aber wenn ich gerade Zeit habe, gucke ich mir einfach auch mal den Hauptfilm oder den Spät, also der Film, der abends kommt, auf Artern, weil da auch manchmal, da kommen halt auch so kleinere Filme, ja, auch mal aus, so Frankreich oder irgendwie sowas. Ja, der zweite Punkt, den ich nennen wollte, der, greift auch gar nicht bei Arte oder den Öffentlich-Rechtlichen, weil, keine Ahnung, bei ProSieben und Kabel 1 zahlt man, glaube ich, irgendwie extra, wenn man HD haben möchte. Also, ja, die Qualität ist schon auch ein bisschen räudig, wenn man auf ProSieben oder Kabel 1 Filme das erste Mal guckt. Ja, kann man vernachlässigen, aber zum Beispiel Arte ist es ja in Full HD meistens. Stimmt, stimmt. Und auch keine Werbung, also das ist schon auch ein Vorteil. Genau, da muss man halt, also da kommen noch seltener Filme, die ich sehen möchte, weil, naja, die Landschaft dort eher zugeflastert ist mit so Krimiserien. Nichts keine Krimiserien, jedem das seine, aber oder Schlagersendung. Oder Schlager. Oh, das kommt, das kommt nicht auf ZDF, oder? Doch, doch. Oder ARD. Auf ARD nicht auch auf ZDF. Es gibt bei beiden, glaube ich, irgendwelche Schlagersendungen. Schlager? Ja, 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 Ich glaube, das ist ganz, hier tausend Lichter, wie ist das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder irgendwas mit Carmen Nebel. Stimmt, willkommen bei Carmen Nebel. Ja, genau. Oh Gott. Gut. Das ist überhaupt nicht meins. Ja. Aber manchmal, also manchmal hast du dann auch Sachen, wo dann irgendwie ab 22.45 Uhr oder sowas auf ARD laufen, also schon so große Spielfilme so. Ja. Und die kommen hier nochmal. Ja, auch irgendwie vermehrt sogar um 20.15 Uhr. Also es ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich gesehen habe, dass es dann lief. Aber keine Ahnung, zum Beispiel, wie heißt er noch gleich? Jack Reacher kamen beide Teile beim ZDF. Stimmt, stimmt. Den haben meine Eltern angeschaut. Ja? Ja. Guck, siehst du mal. Und da auch dann in guter Qualität. Das Einzige, was ich jetzt noch als Problem mehr oder weniger anbringen würde, ist, da ich mittlerweile die meisten Filme in OV gucke. Ja, gut, stimmt. Das gibt es halt im Free-TV nicht. Ja, stimmt. Egal bei welchem Sender. Ich glaube, in den Mediatheken ist es ab und zu sogar so. letztens habe ich auf Arte einen Film gesehen, der im O-Tour mit Untertiteln war. Ein französischer Film. Aber es kommt sehr selten, hast du recht. Kommt sehr selten. Da lag es ja dann nur dran, dass es keine Synchro gab. Weil wenn es eine Synchro gegeben hätte, hätten die den auf Deutsch ausgestrahlt. Stimmt. Aber ja. Ja. Na gut, muss man auch dazu sehen, die Leute, die im Fernsehen Filme gucken, also wenn es im O-Ton wird, da droppt direkt die Einschaltquote. Ja, ist einfach ein anderes Publikum. Wenn du den im O-Ton zeigst, so, ja. Ja, was hast du denn noch für andere Lieblingsfilme? Ja, die anderen Lieblingsfilme, ich würde also Matrix das sagen. Ach so, stimmt. Da hast du doch gar nicht viel zu verloren. Du hast jetzt über Star Wars geredet. Matrix ist seit, ja, ich sage immer, also seit ich Filme gucke, mein Lieblingsfilm. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich den so, ich glaube tatsächlich, es war der erste Film, ich habe den lange nach, ich habe den jetzt nicht in der ersten Klasse, also der ist auch 16, in der ersten Klasse, schaut man den vielleicht nicht. Aber ich glaube, ich habe den auch ein bisschen zu früh, ich glaube mit 13 oder so gesehen, also ab 16. Und dann erst mal eine Existenzkrise. Ey. Ich habe den, also es gab diese Zeit, wo du nach Hause gekommen bist, von der Schule und erst mal allein zu Hause warst, weil natürlich die Eltern arbeiten waren. Und, ja, wir hatten da so eine Videokassette stehen, von Matrix. Sehr gut. Und da habe ich ihn reingeschoben und da habe ich ihn angeguckt und ich war so fasziniert von diesem Film, dass ich am nächsten Tag den direkt nochmal geguckt habe. Okay, das ist krass. Ja, und ey, seitdem, ich weiß nicht, was an diesem Film ist, also, natürlich ist es offensichtlich ein guter Film, also man kann nicht abstreiten, ja. Aber ich weiß nicht, was ich an diesem Film so catche. ich habe jetzt mittlerweile, also damals habe ich natürlich keine, noch nicht irgendwie, weiß nicht, tausend Filme gesehen, aber, ich glaube, damals war das so irgendwie ein bisschen der, in Anführungszeichen, Einstieg in so erwachsene, also in Anführungszeichen, erwachsene Filme, weißt du, so, wo man noch nicht jetzt irgendwie die ganzen, ja, so, ernstzunehmenden Filme, ich meine, ich habe Kinderfilme damals gesehen und sowas, aber damals, so das erste Mal, irgendwie ein bisschen, unfreiwillig sogar, so halt so einen Film guckt, wo halt einer der besten Filme aller Zeiten ist und mich direkt verliebt und, ja, es ist einfach, es ist einfach diese, diese, ich mag coole Filme, keine Ahnung, und dieser Film ist mega cool, also der Style mega, was die anhaben, schwarze Ledermäntel und in Zeitlupe laufen und schießen und ausweichen und der, ich weiß gerade, wie ist der, jetzt habe ich es vergessen, der Schauspieler mit, Hugo Weaving, wie, wie heißt denn der auf? Hugo Weaving, ja, Weaving, ähm, Elrond, genau, als, ähm, als Agent Smith, ey, was für ein krasser, was für ein krasser Gegenspieler, für sein Bösewicht, ja, ähm, ich kann mittlerweile, kann ich die alles nachsprechen und bei, ich habe bei so vielen Szenen einfach Gänsehaut, es ist, ich habe jetzt richtig Angst, ich habe danach auch den zweiten und dritten gesehen, hast du ja, glaubt nicht, ne? ne, ne, die habe ich nie angeguckt, ähm, ja, würde ich auch keinem empfehlen, äh, der zweite vielleicht noch ein bisschen, so Hardcore-Fans, da kann man vielleicht, vielleicht, ein bisschen was abgewinnen, aber der dritte ist dann halt, äh, zum Wegschmeißen und ich habe richtig Angst vor dem vierten, der jetzt kommt, der Masterclass Directions, ja, äh, ja, da werde ich entweder, ich glaube nicht, dass ich schlauend im Kino sitzen werde, ich werde heulen im Kino sitzen wahrscheinlich, also, ja, genau, ja, der Trailer sah, der Trailer, also, wir können da kurz überreden, also der Trailer sah halt, das Geile an Matrix, an dem ersten, war dieses geile Color-Grading, ne, du hast dieses grüne, diesen grünen Farbstich in der Matrix und diesen blauen in der, ähm, in der echten, Welt, in der realen Welt und jetzt schaust du diesen Trailer von dem Neuen an und denkst dir, was das für eine, ist halt so eine weichgekloppte Scheiße, also so eine, dieses, also, das sieht aus wie jeder Actionfilm, so, da können auch Dwayne Johnson mitspielen, keine Ahnung, dann würde mich nicht wundern, wenn der davon hoch ausspringt, keine Ahnung, ja, es hat gar keine, gar keine Identität mehr irgendwie und dann, also, ich bin auch gespannt auf die Story, muss ich sagen, was ist da jetzt, man hat jetzt nicht so viel mitbekommen, irgendwie, ist es ein Prequel, Sequel, Neuanfang, keine Ahnung, weiß es nicht, äh, ja, wir werden uns überraschen lassen, und, ich hab da jetzt nicht so hohe Erwartungen, aber ich hab ja auch nicht so, Erwartungen, ja, ich hab auch irgendwie nicht so einen Anspruch, ja, Laurence Fisch war ein Spiel auch nicht mehr mit, muss ich sagen, also, das ist natürlich, äh, sehr traurig, ja, meiner hat der prägenden Figuren des ersten Teils halt schon, ja, den fand ich halt mega cool in dem, äh, in dem Film, und Morpheus ist ja, äh, der, ich hab mich ein bisschen damit, also, ich, ich bin zwar Fan, aber ich muss sagen, so Hündergrundinformationen, so Filme lese ich mir sehr selten durch, weißt du, so Fan-Theorien oder Bedeutungen in Filmen, oder bei Matrix gibt es mega viel Bedeutungen, und, äh, aber eine hab ich mir so im Kopf behalten, denn Morpheus ist irgendwie der, der, ein Traumgott, irgendwie in irgendeiner Mythologie, was natürlich eine gewisse Ironie hat, denn hier ist er der, die Figur, der Neo quasi aus dem Traum rausholt, weißt du? Ja. Wobei andererseits genau, er hat die Kraft, den, also, er weiß ja, ob Traum ist oder nicht, und, ja, genau, ja, ja, ist auf jeden Fall, auch auf jeden Fall ein prägender Film für andere Filme gewesen, also er hat viel Einfluss auf die Szene gehabt, ja, hat natürlich auch viel aus dem damals asiatischen Traum übernommen, ne, also von, ja, viel Anime, viel Anime, genau, hier, Ghost in the Shell und sowas, genau, aber, das, das erste Mal halt mit, äh, in, äh, Real, nee, Live-Action, äh, Verfilmung und, ja, ich mein, du siehst da die, also wie oft, wie oft hast du in irgendwelchen Filmen danach, in den Jahren danach, Referenzen gehabt, wir hatten es da kürzlich drüber, hier in Shrek, wo die hochspringt und hier in Zeitlupe, ähm, das war cool, 3D-Style mäßig, ja, fand ich schon nice, so anspringend auf Filme mag ich sowieso immer filmen, also wenn die Filme gut sind, ja, wenn es nicht zu viel wird, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt an Anspielungen oder einen Film denke, der viele Anspielungen hat, hast du gerade ein Negativ-Beispiel oder was? Ach so. Ready Player One war einfach überladen, das sind ja nicht nur Referenzen auch. Ja, aber da ist halt der, da ist halt irgendwie schon der Sinn ein bisschen, das ist ein bisschen, ja. Und es gab auch schon, also ich, ja, es waren viele Anspielungen, aber es gab schon auch, wo ich dachte, so coole, wo ich dachte, ah, das ist schon geil, wo der in dem, also allein, fährt der im ersten Rennen schon mit dem Mandalorian, glaube ich, sein Auto ist der Mandalorian im ersten Rennen. Ja, ich glaube, du verwechselst gerade De'Lorean, aber ja, du meintest gerade Mandalorian, aber ja. Hab ich halt Mandalorian gesagt? Ja, Oh ja, De'Lorean, ups. Ja, De'Lorean war ich natürlich, ganz komisch. Ich weiß nicht, auf jeden Fall fährt er einmal im Film damit. er fährt immer in Mandalorian, Alter, der fährt in De'Lorean, er fährt in De'Lorean im Film und, ja, so Gigant aus dem All und, ja, es war meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu überladen. Ja, es war überladen. Aber jetzt zum Beispiel letztens bei, äh, bei dem, äh, Last Day in Soho, fand ich wieder richtig cool. Ich weiß nicht, hast du die Anspielung mit dem, äh, mit der Aufzugsszene gesehen? Also, ist das eine Drive-Anspielung mit, äh, Ryan Gosling? Hast du ihn gesehen? Ja, ich hab Drive gesehen. Da gibt's ja diese Fahrstuhlszene. Boah, ich erinnere mich gerade an keine Fahrstuhlszene in Last Night in Soho. Also, er küsst sie ja und dann verkloppt er den Typen da im Aufzug. Weiß nicht, ob er das anderen kann. Ach so, du meinst jetzt in Drive, ja? In Drive, genau. Ja, das weiß ich noch. Und in Last Night in Soho ist es die erste Traumsequenz. Ist ein aktueller Film, deswegen will ich nicht spoilern, aber, ja, ähm, die, in der ersten Traumsequenz, äh, kommt sie, warte, wie ist denn das? Sie trifft diesen, ähm, diesen Typ, mit dem sie auch noch zusammen ist. Ich weiß nicht, ich hab die ganzen Schauspieler-Namen nicht im Kopf, aber quasi der, er wird dann ihr Manager nachher, Ach so, ja. Und in der ersten Traumsequenz, ähm, nimmt er sie in die Hand und rennt so ein bisschen weg und dann finden sie sich in so einer Telefonzelle wieder. Mhm. Und dann kommt auch so die Kamera von der Seite und, und er küsst sie so und man sieht es in der Spiegelung irgendwie, also was auch in dem, in der, in der, ähm, Szene aus Drive ist, wo man in der Spiegelung von dem Aufzugsspiegel, äh, äh, ähm, ja, genau. Das fand ich, solche Anspielungen finde ich ganz cool. Bei Edgar Wright bin ich mir da jetzt nicht sicher, ob das nicht einfach eine noch viel ältere Anspielung ist, die Drive auch gemacht hat. Ach so, stimmt. Also, das könnte sehr gut sein. Von so 1911 oder so. Ja, so irgendein Film, den drei Leute gesehen haben, da war das auch so. Ja, stimmt, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand, ich fand, ähm, Last Time so cool, aber es gab ja, also, es gab ja offensichtlich so mega alte Anspielungen aus. Wie ist das, äh, dieser eine Film? Äh, äh, ja, kann ich dir leider gerade nicht verhalten. Ja, so ein ganz alter Schwarz-Weiß im Halt, die haben wir auch nicht gesehen, keine Ahnung, äh, aber ich fand den Film, ja, ich fand den, dann trotzdem ganz cool. Ja, ich fand den auch gut. Ja. Also, die Atmosphäre war gut, aber er hat sich, finde ich, ein bisschen verloren am Ende. Ja. Die, diese wirklich offensichtlichen Horror-Szenen waren dann irgendwie nicht so gut, wie dieser subtile Horror, den, diese Morschung. Horror bleiben soll, nicht diese, diese, Ja, es war ein bisschen lächerlich fast. Ich sag nicht, diese Trash-Geister da reinschneiden, das war komisch. Also irgendwie, es passt zur Story, aber es, und auch zu Edgar Wright, aber, ja, irgendwie fand ich das am ehesten zu kritisieren, der, das war kein deutscher Satz, egal. Ja, hast du irgendwelche anderen Lieblingsfilme, die du das erste Mal im Fernsehen gesehen hast, wenn wir das davon vorhin hatten? Lieblingsfilme, die ich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe? Ich muss kurz gucken. Also die dann womöglich trotz dieser schlechten Qualität und auf Deutsch und keine Ahnung was zu absoluten Favoriten geworden sind? Ich muss bei ein paar Filmen sagen, ich weiß nicht mehr, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Ah, okay. Gilt zum Beispiel für Fight Club. Ich weiß nicht mehr, das ist ein krasses Beispiel, weil Fight Club offensichtlich, gut, auf die können wir, also über die können wir reden, oder? Also der Twist natürlich. Ja, Fight Club, also, ich würde nicht spoilern, ich würde nicht viel spoilern, weil das echt scheiße. Für die Leute, die jetzt nicht Fight Club gesehen haben, ist aber egal. Auf jeden Fall, ich will gar nicht mehr über den Twist drehen, aber es gibt einen Twist. Nein, das kannst du nicht sagen. Und ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Keine Ahnung. Bei mir war es recht spät. Ja, ich habe ihn auch recht spät gesehen, aber ich weiß nicht mehr, vielleicht war es im Fernsehen, keine Ahnung, auf Kabel 1, keine Ahnung. Ja, ich meine, ich habe den das erste Mal sogar irgendwie schon auf Amazon gesehen, also vor so 5 Jahren oder so. Okay. Den hatte nämlich, ich bin mir nämlich nicht sicher, den hatten wir nämlich auch auf Videokassette damals. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht da zum ersten Mal irgendwo so mit, mit so 15, 16, 17 irgendwo gesehen habe oder sowas. Keine Ahnung. Ich muss sagen, bei uns war Film nie so ein großes Thema, bis auf jetzt bei meinen Großeltern. Das mit Star Wars war schon cool. Aber sonst war irgendwie filmtechnisch jetzt nicht so groß. früher, meine Mutter, meine Mutter hat noch früher immer so ein bisschen gesagt, ah, den gucken wir jetzt zusammen an, das ist so ein Kultfilm. Ich weiß noch, cooles Erlebnis, auch einer meiner Lieblingsfilme, Alien, habe ich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen, mit meiner Mutter zusammen, die mir gesagt hat, das ist ein Mega-Kultfilm, den sie früher gern gesehen hat. Und ja, meine Mutter saß am Ende mit Angstschweiß auf der Stirn da und aha, es gibt also im ersten gibt es ja diese Szene, wo das Alien, Alan Ripley am Ende jagt, weißt du so. Und da saß ich da, oh mein Gott, Anspannung 9000, so richtig am schwitzen, so. Ich fand ihn cool, hat sich bis heute gehalten, ich bin Alien-Fan, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja, ich mag jetzt auch die, also auch wenn, also hier Covenant und Prometheus finden einige nicht so gut, aber ich finde trotzdem, ich weiß gar nicht, welcher von beiden das ist, aber es gibt auch einen ganz guten. Das blättert Aliens aus Körpern, ich mag den so, keine Ahnung. Ja. Ich muss sagen, also Alien 1 war natürlich legendär. Genau, da kommt noch Aliens, das ist immer so die Frage, wie ich ihn besser finde. Ja. Der ist einfach anders, aber der ist auch richtig gut. Natürlich, der ist mega. Und 3 und 4 verlieren sich ein bisschen. Ich weiß nicht, welcher war welcher? War 3 der auf dem Planeten, diesem Männerplaneten mit dem Knast oder war das der 4? Ich glaube, einer von beiden war auf jeden Fall noch, wo es einen Ripley-Klon gab oder so. Also irgendwie, wo sie die DNA von ihr geklont haben. Ich spoil jetzt einfach mal, weil die DNA nicht so alt sind. In einem stirbt sie und ich glaube, das ist der dritte, wo sie da in diesen Lava-Tank, was es da fällt. Ach so, ja, das macht voll Sinn. Ja, im dritten stirbt sie und im vierten wird sie aber geklont. Genau. Ah, genau. Verbleibende DNA. In einem Covenant, in einem Covenant war ich damals im Kino, in so einer Spätvorstellung. Das war, ich saß irgendwo ganz vorne. Ich habe mir gerade, welcher ist. Also warte, Covenant ist der letzte. Also, Alien 1, Aliens 3, dann kommt der vierte und dann kommt schon Prometheus, oder? Ja, ich bin mir nur nicht sicher, welcher Prometheus und welcher. Ne, Prometheus kam erst und dann kommt Covenant. Ja, ich kann ihn trotzdem einfach vom Inhalt nicht gut trennen. Ach so, genau, auf Prometheus, da kommen es in diese, auf diese Planeten an. Ist ja keinem Alien-Film so. Und da ist da so eine, ja, so eine Grabstätte oder sowas, mit diesen Ohren. Ja, okay, ich glaube, ich weiß welche. Ich glaube, so eine Halbkugel. Ja, ja, doch. Ach, das ist auch der mit Rave Spell, oder? Da kommt zum ersten Mal hier Michael Fassbender als der André. Ja, ich glaube. Doch, doch, ich glaube, den fand ich ein bisschen besser als den anderen. Und dann kommt der Covenant und der wird dann ziemlich weird, weil dann kommen die auf diese Planeten und am Ende von Prometheus, heißt das eigentlich Prometheus oder Prometheus? Prometheus, ne? Prometheus hätte ich jetzt gesagt. Prometheus, das weiß der, ja, ist der Gott. Was bin ich, Linguist? Keine Ahnung. Am Ende von Prometheus ist ja so, dass, dass, dass Ellen Ripley, ah ne, ne, das ist ja gar nicht. Ne, die heißt sicherlich nicht gleich. Sorry, ne, natürlich nicht. Keine Ahnung, das ist kein so kultiger Charakter. Sie rettet den Androiden, also Michael Fassbender rettet sie, weil er den Kopf verloren hat, der ist kaputt und dann haut sie mit ihm von den Planeten ab, weil der irgendwie, also, genau, sie haut mit dem Raumschiff ab, dass die da zurückgelassen haben, die Aliens, ne? und in dem neuen, im Covenant ist dann so, was heißt neu, der ist ja schon ein bisschen älter, dann, äh, sie landen auf diesem Planeten und es gibt quasi dann eine neue Mission, soll eigentlich einen sehr weit entfernten Planeten anpeilen, aber irgendwie kommen sie an dem Planeten vorbei, der schon gut aussieht, also lebens, ähm, wie heißt es, äh, lebensfreundliche Umgebung bietet und dann kommen sie auf den Planeten, aber das Blöde ist natürlich, natürlich, was ist da, äh, direkt zwei Leute stecken sich mit diesem Alien-Virus an und ihnen platzen Aliens aus Brustkörben und Hells-Niveau auch immer. Ich meine, der zweite jetzt, der war ein bisschen, da haben sich die Leute besonders blöd verhalten zum Teil. So, die haben irgendwelche Schutzhelme und ziehen den einfach ab. Wobei, das war im ersten, also in dem ersten von beiden auch so, das hat mich an beiden ein bisschen gestört. Und dann ist es natürlich so, es war am draus, dass Michael, also der, der, wer ist denn der Android? aus, äh, Ja, der hat auch irgendeinen catchy Namen, den ich jetzt nicht mehr weiß. Also er hat einen Standardnamen halt, keine Ahnung. Äh, aber so ein, nur einen, so wie John halt, keine Ahnung, die John jetzt einfach. Ähm, und er, es kommt raus, dass er, also, es kommt halt nochmal Michael Fasbener quasi als John, hä, auf dem Planeten, äh, 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 und es kommt raus, dass aus der letzten Mission, also der Prometheus-Mission, dass der die Aliens gezüchtet hat oder sowas. Also der hat dann irgendwie Hybriden da, äh, gezüchtet und sowas und die zermetzeln dann halt die Crew von denen. Naja. Genau. Daran habe ich mich jetzt auch nicht mehr so detailliert erinnert, aber ja. Ja, genau. Äh, Also ich glaube, der erste von beiden war ein bisschen besser. Ja, also Prometheus war auch ein bisschen besser. Aber ich fand beide immer noch eigentlich ganz nice. So, das sind jetzt keine Meisterwerke, aber in dem Franchise, in dem Alien-Franchise finde ich immer noch ganz gut. natürlich. Also wenn, wenn du so einen, wenn du so einen, äh, äh, gigantischen. Aber hat nicht, hat beide Ridley Scott gemacht oder einen zumindest? Ah, ich weiß gar nicht. Also Ridley Scott hat leider auch ein bisschen an, ja, dieser, dieser kontinuierlichen. An Strahlkraft, würde ich auch mal sagen. Ja. Also er war mal, er war mal ein Meisterregisseur. Aber, ich weiß, ich gehe, morgen gehe ich wahrscheinlich in House of Gucci. Mhm. Und, ja. Der hat auch gemischte. Der hat ja auch sehr gemischte Kritiken. Ich gucke gerade mal, von wem jetzt. Prometheus ist von Ridley Scott, ja. Okay. Und Covenant, Covenant ist auch von Ridley Scott, okay. Na, guck, sogar beide. Ja, und beide waren gut. Kann man sich ja schon anschauen, wenn man den mag. ja. Ja, also, ich muss gerade sagen, viele von den Filmen, die ich hier habe auf meiner Liste, ich meine, so alte Klassik hat man wahrscheinlich schon zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Forrest Gump, Shawshank Redemption, Pulp Fiction, so, die hatte ich nicht zuerst auf DVD oder Blu-Ray oder sowas, und habe die dann geguckt, die haben wahrscheinlich immer im Fernsehen geguckt, so. Ja, das kann gut sein. Ja. Wobei, ich glaube, die habe ich auch so spät quasi gesehen, dass sie irgendwie schon bei irgendeinem Streaming-Anbieter waren. Okay. Ja, es gibt sicherlich welche, die ich zuerst im Fernsehen gesehen habe, aber ich kann sie gerade auch nicht beim Namen nennen. Äh, ja, ich habe auf der, auf der, auf der, also ich habe es nicht nummeriert, ne, aber, mhm, auch hier auf der 2 habe ich Secret Life of Walter Mitty, also das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ja, den habe ich erst einmal gesehen, und ich fand den schon auch irgendwie, der ist halt besonders auf jeden Fall. Ich gucke den immer, wenn ich so ein bisschen, ja, wenn ich so eine, ja, wie soll ich sagen, weil ich Bock auf, komisch, aber wenn ich Bock auf den habe so, ich habe öfter Bock auf den, ist ja komisch, ne, ich kann die Stimmung, die ich da habe, nicht so ganz beschreiben, aber irgendwie macht der Film was mit mir, weil der, der ist einfach mega schön, also dieser Film ist einfach mit, mit zwei Worten, mega schön, so. Ne. Du schaust den, und du guckst diesen, diesem Typ, der in der, in der Negativverwaltung, Negativverwaltung von diesem Megakonzern arbeitet, und der wegrationiert werden soll, wie, das ist so, so, zwischen all diesen, dieser Selbstfindung und sowas, blitzt noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, früh war das besser, aber so ein bisschen Nostalgie, so, weißt du, weil dieser Fotograf, den er suchen möchte, wer heißt denn der jetzt noch mal? Das weiß ich gar nicht. Sean O'Connell heißt der. Sean O'Connell. Generell ist ja einfach so, Fotografie eine alte Kunst. Genau, Fotografie, und der Sean O'Connell, der, der nur noch, der nur auf Negativen fotografiert, also, hier, nicht digital, sondern, auf Film halt fotografiert, analog, dankeschön, analog fotografiert, und es deswegen eigentlich nur noch ihn braucht, weißt du, sonst bricht es ihn gar nicht, und er ist eigentlich nur noch da, weil Sean O'Connell nur noch, also, weißt du, weil es so ein Typ ist, der halt an allen Zeiten festhält, und diese alte Technik, und es gibt so viel, und dann ist dieses Tagträumen-Thema auch so, diese Tagtraumsequenzen, so cool, Mann, also, allein diese Szene, wo er, er bringt ja einmal diesen, diesen Gummimann mit, weil er den von seiner, von seiner Schwester geschenkt bekommt, und dann hat er den Büro dabei, und im Aufzug trifft er auf diesen, wie nennt man den Typen, der halt, nennt man Leger, oder? Ne, ne, also, die Firma wird ja, wird ja aufgekauft, nicht aufgekauft, umstrukturiert, von diesem, von diesem Mann da. Nicht Insolvenzverwalter, sondern halt irgendwie so ein, ja, so ein Umstrukturierter, also, die wollen ja, die wollen ja, die letzte Auflage, es geht um die letzte Auflage, die auf Papier rauskommt, und danach soll es digital werden. Ja. Und dann ist dieser Typ da, der das halt regeln soll, und den trifft er, und mit dem hat er ein Problem, und, äh, den trifft er im Aufzug, und er spricht ihn auf seinen Gummimann an, ne, und dann, zum ersten Mal, und man, man weiß auch nicht genau, okay, wo ist jetzt, äh, die Real vorbei, und wo fängt die Traumsequenz an, er zieht an diesen Gummimann, und irgendwann immer stärker, und irgendwann brechen sie aus dem Aufzug aus, und fahren auf Asphalt, Ski und sowas, und es ist mega. Äh, er ist schon, schon auf jeden Fall, schön visualisiert, das mit dem Tagträumen. Ja, ja, und dann auch ganz, es ist mir erst beim, glaube ich, beim zweiten oder dritten Mal aufgefallen, das ja, äh, dass er, diese Wandlung von, er ist am Tagtraum immer, und dann wird es immer weniger, aber er in, er, ähm, er lebt in Real Life immer krassere Sachen. Ja, ja, und irgendwann ist es ganz weg, und er, und er, ähm, ja, und er ist, er steigt in Himalaya und sowas, also. Ja, ist, äh, auf jeden Fall schön, schön storytechnisch gemacht, dass einfach, ja, also die Tagträumerei eben, der Ausgleich zu dem, sehr langweiligen Leben ist, und wenn man dann, genau, und dann coolere Sachen erlebt, ja, das ist cool. Das, äh, das ist mir tatsächlich auch schon beim ersten Mal aufgefallen, aber, vor allem, also, ich weiß nicht, es wurde ja eigentlich recht klar, als er, ich glaube, äh, ja, okay, das ist jetzt ein Spoiler. Wollen wir spoilern bei dem Film? Ne, ich weiß nicht, ne, ich würde, also wir haben jetzt ja schon ein bisschen was erwähnt, ich würde es jetzt nicht spoilern, aber es ist ja auch nicht so wichtig, also, man, an einem Punkt am Film, finde ich, merkt man es ziemlich, also da wird es einem nochmal bewusst, dass jetzt die Sachen, die er wirklich erlebt, schon krasser geworden sind, und dass das Tagträumen vor den Hintergrund gerückt ist. Ja. Ja. Hast du noch einen? Ja, ich habe auf jeden Fall noch, äh, äh, mach weiter, mach weiter. Blues Brothers, den habe ich das erste Mal mit einem Kumpel von mir auch, ich glaube, es war eine TV-Aufnahme, aber quasi dann im Fernsehen gesehen. Ja, den habe ich auf jeden Fall auch im Fernsehen gesehen zum ersten Mal. Der ist einfach geil, also, keine Ahnung, von, also die, die Story ist eigentlich, die Story ist total bescheuert, aber, die haben vernachlässigt eigentlich. Ja, also, sie wollen ja, we are a mission from God. Ja, also, sie wollen ein Waisenheim, nee, Kinderheim, Waisenhaus, Waisenhaus oder Kinderheim, so, in dem sie selber aufgewachsen sind. Ähm, ja, Kinderheim ist doch fast das Selber, oder? Nee, warten, sie keine Eltern und sind dort aufgewachsen, in einem sehr christlichen Umfeld. Und, äh, es droht die Schließung, weil sie irgendwelche Sachen nicht zahlen können. Genau, ich glaube, irgendwie steuern. Genau, die können die Mütter nicht zahlen, glaube ich. Ja, kann auch sein. Egal, irgendwas, Zeitpunkt, als sie das erst mal gesagt bekommen, haben sie vielleicht auch noch ein bisschen, äh, dubiosere, äh, Pläne, um an das Geld ranzukommen, gerade weil einer von beiden, äh, im Knast war. Äh, aber sie finden, einen Weg, das auf legale Weise aufzutreiben. Und sie müssen die Band wieder zusammenbringen. Ja, man, das ist einfach so ein, so ein klassisches Motiv einfach. Ja, einfach wieder irgendwie, einfach die alte Gruppe. Es ist so klassisch, so die Gruppe wieder zusammenbringen, so ein Trotz, also es ist einfach, ja. Und von Station zu Station wird es auch einfach, also, gepaart, so dass sie es schaffen und, das ist einfach witzig, keine Ahnung, gepaart mit mega coolen Cameos, also die, was ist Cameos, einfach, es sind nicht mal Cameos, es sind einfach so Auftritte von, 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 von Künstlern. Ja, von Künstlern. Die cool sind, ja. Ray Charles, Aria Franklin. Ja, wie heißt er noch gleich? Ja, weiß ich gerade nicht. Aber auch ein guter Sänger noch. Ja. Und das Witzige ist ja, dass der Film irgendwie aus, einem Saturday Night Live Sketch, irgendwie entstanden ist. genau. Und dann haben sie die Band ja wirklich gegründet und dann haben sie auch den Film gemacht, also es ist eine total absurde Geschichte. Es ist eine absurde Geschichte, weil es ist, man könnte meinen, es ist ein Biopic, weil es die Band ja eigentlich wirklich gibt, aber eigentlich auch nicht, weil, ja, ist komplett fiktiv. Die Story ist natürlich nicht, die Story ist natürlich nicht, die ist faktiv fiktiv natürlich, ne? Ja. Aber die Band gibt es da, also man kann es nicht irgendwie, man kann es nicht wirklich beschreiben, also die Blues Brothers gibt es natürlich schon, die Band, aber ich wusste jetzt gar nicht, dass es die es nur wegen dem Film gibt, oder? Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es war so, dass sie eh Lust hatten, eine Band zu gründen, aber irgendwie was ganz anderes, also irgendwie, also eigentlich wollten sie wirklich nur Blues spielen, und dann ging es irgendwie so in die Rock'n'Roll Richtung, und irgendwie war da noch was mit Saturday Night Live. Die haben ja viel gecovert. Ja, und dann kam der Film irgendwie zustande. Ja. Auf jeden Fall, es gibt extrem viele gute Szenen, also. Allein, wo es zum ersten Mal, allein, wo er ihn im Knast abholt, und dann mit der Bullen, mit der, ich sage nicht Bullenkarre, aber mit so einem Polizeiauto, da. Genau so, wie du es gerade sagen wolltest, sagt er es halt auch im Film, also eine Bullenkarre mit Bullenmotor, Bullenreifen und so weiter. Und dann, und er will, und was will er machen? Er will Zigarren anzünden, oder Zigarren anzünden, das ist Schrott. Ja. Mega. Ja. Also es gibt ikonische Szenen, auch die Verfolgungsjagd, die da irgendwie, also wirklich absolut eskaliert. Durchs Kaufhaus einfach. Ja, es ist einfach ein geiler Film. Und ich habe mir den, glaube ich, locker schon zehnmal angeguckt, und er wird einfach nicht schlechter. Naja. Den kann man sich irgendwie immer angucken. Ja. Dann ist natürlich viel Musik so, das bringt auch nochmal gute Laune. Und, er war ein toller Film. Naja. Habe ich auch meine Liste drauf. Ja. Wollen wir es dann mal zu einem Ende bringen? Ach so, wirklich? Wir haben jetzt ja schon einige Sachen angeschnitten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich alle... Ja, würde ich nicht sagen. Haben wir noch, äh... Wenn wir noch was haben, was Konkretes, dann können wir das auf jeden Fall noch haben. Haben wir noch was? Ja, ich meine, wir können jetzt... Vielleicht auch aus der Kategorie, was hat dich zuletzt überrascht, das ist jetzt nicht ganz so vor kurzem gewesen, aber dieses Jahr. Dieses Jahr, ja gut, die... Dune. Wollen wir noch kurz, wollen wir darüber reden, weil wir haben ja schon gesagt, vielleicht wollen wir nochmal so einen Jahresrückblick machen. und dann doch... Da wird Dune eventuell vorkommen. Eventuell, äh, unter den Besten, man weiß es nicht. Ja, also, schon mal Spoiler, also Dune hat uns sehr gut gefallen. Und auch eigentlich allen... Also gut, es gab natürlich... Voll der Rotz. Voll der Rotz-Film, ne? Ne. Aber es gab tatsächlich schon ein paar, die es... Gibt ja immer welche, die es gut finden. Aber so in unserem Umfeld waren eigentlich alle sehr positiv überrascht. Also, keine Ahnung, wenn man keine Erwartungen hatte, wurde man auf jeden Fall total... Also, total geflasht, wenn man da... Wenn man es im Kino einfach über sich hat ergehen lassen. Und selbst, wenn man Erwartungen hat, also ich... Keine Ahnung, wenn man Denis Villeneuve gehört hat, dann hat man ja schon irgendwie ein bisschen den Anspruch. Na, nur wenn man... Trotzdem. Wenn man schon mal Filme von ihm gesehen hat. Ja, okay, das ist natürlich mal... Aber wenn man nur von ihm gehört hat, dann weiß man noch nicht, ob es das Schlechtere ist. Nein, aber wenn man sich ein bisschen mit ihm befasst, dann weiß man, dass seine Filme top aussehen und dass die letzten Filme, die er gemacht hat, einfach richtig gut waren. Und dementsprechend hatte ich schon Anforderungen an den Filmen und die wurden absolut übertroffen. Ich war dann dreimal im Kino, du warst viermal, glaube ich, im Kino. Ja. Er ist einfach richtig geil. Ja. Ja. Ich will noch ganz kurz was sagen. Ich habe das. Ich habe den Power of the Dog gesehen. Mhm. Auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, ja. Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunn spielen um die Wette, wer der beste Schauspieler auf dem Planeten ist. Nein, so nicht, aber die spielen beide richtig, richtig, richtig gut. Ne. Äh, sehr langsam. Aber, ja, ich finde es gut, dass, dass jetzt zum Jahresende nochmal Netflix so ein bisschen, man muss schon sagen, also jetzt bei aller Liebe und Netflix Eigenproduktion, was heißt bei aller Liebe? Ich liebe es ja nicht, aber, äh, es klingt so, als ob ich jede Netflix Eigenproduktion so lieben würde oder sowas. Ja. Ne, aber, dass jetzt zu Jahresende nochmal die Qualität von Netflix, also die haben jetzt Power of the Dog und dann kommt jetzt Don't Look Up, auf den ich irgendwie, also, je näher der kommt, desto mehr freue ich mich auf diesen Film. Ich freue mich einfach, ich habe im Trailer gesehen, ich habe erst im Trailer gesehen, dass Jonah Hill dabei ist, richtig gefreut. Ich habe den auch auf irgendeinen Poster gesehen. Den sich auch richtig gerne. Ja. Und, ja, Adam McKay ist sowieso cool. Ich glaube, das wird richtig gut. Also, ja, also nochmal ganz kurz zu Netflix, also, ich glaube, serientechnisch, was dich jetzt ja nicht so interessiert. Ne, serientechnisch schauen die schon raus, ne? Da sind, glaube ich, richtig viele dabei. Ich habe nicht alle gesehen, aber, ich gucke halt, also, keine Serie. House of Scales zum Beispiel war schon ein ziemlicher Erfolg. die haben ja so Hype und jetzt auch Squid Game und diese, und die League of Legends, die Arkane Serie. Ja, ja, also bei House of Scales, ob man das jetzt so lange hat ziehen müssen, keine Ahnung, aber, es hat auf jeden Fall, glaube ich, äh, mehr, äh, andersrum, mehr Serien, die, ja, die krassen Hype generiert haben, als Filme. Also, Rat Notice war jetzt halt auch irgendwie hyped, aber, der war halt scheiße. aber halt, also, nichts gegen jeden, den der Netflix hat, aber den schaut man sich halt so nebenbei weg, so, und, ja, das war halt Schrott, ne, also, kann man nicht anders, hat das nicht gesehen, ne? Ne, noch nicht, Ne, okay. Also, hoffen wir, ja, hoffen wir mal, äh, Don't Look Up uns nicht so enttäuscht, aber ich glaube, ehrlich gesagt, bei dem Cast und, äh, Adam McKay, das kann so scheiße nicht werden. Ich habe den Trailer leider noch nicht gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich den sehen will. Ich glaube, ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe den Trailer schon ein paar Mal ohne Ton gesehen, halt beim Kino halt. Ähm, aber, ja, ich muss sagen, die hauen aber auch wirklich raus, also, Netflix, da muss man wirklich sagen, aufpassen, bei Netflix, die hauen so krass raus, bei Prime, die haben ja auch Eigenproduktionen, aber da ist so, da kommt so einmal im Monat oder so was raus, ne? Also nicht so oft, ich weiß es gar nicht. Zumindest im Filmsegment, ja. Genau, sie haben auch viele Serien, aber im Filmsegment hauen jetzt nicht so krass raus wie Netflix. Da ist auch viel Schrott dabei, oder nicht so, in was heißt wie Schrott, also, ich weiß es gar nicht, also ich habe irgendwie den Eindruck, dass was die Eigenproduktionen in Sachen Film bei Amazon irgendwie besser sind. Ja, also overall auf jeden Fall, aber ich habe jetzt auch nicht so viel geguckt, ich habe diesen, einfach ein bisschen mehr ausgewählt vielleicht. ja, ja, ich habe schon das Gefühl, dass die den Stoff mehr auswählen. Bei Netflix habe ich leider wirklich das Gefühl, dass da jemand kommt, irgendwas pitcht und dann sagt Netflix, mach so. Da kommen halt gefühlt die 80. Teenie-Rom-Com raus und du denkst dir, ja, wer will das jetzt sehen? Also, ja, es gibt aber scheinbar ein Publikum und genau das wird halt produziert. Ja, scheinbar, aber ich frage mich, wer das Publikum ist, weil ich meine, so, ja, wenn schon ab zwei Minuten das als gesehen irgendwie gilt, aber der durchschnittliche Netflix-Zuschauer, der schaut ja nicht irgendwie, der schaut ja nicht acht Filme in der Woche und wenn die halt so oft Filme raushauen und die das bestimmte Publikum halt ansprechen, wer schaut das alles? ja, keine Ahnung, aber wenn dann eine erfolgreich war, dann kommt da natürlich auch noch drei Fortsetzungen und dann wahrscheinlich auch die vierte und fünfte Fortsetzungen, also keine Ahnung, also wenn einmal was irgendwie als erfolgreich gilt, dann machen die es halt immer. hat man ja schon bei House of Cards gesehen, da haben sie auch einfach nur geguckt, was finden, also was sagt die Statistik, was finden Leute geil und genau das packen wir in die Serie und geben das den Leuten und das hat ja geklappt. Ich habe zwar das nicht fertig geguckt, ich war irgendwie bei Staffel 1. mit Zählen bin ich leider gar nicht bewandert. Ich freue mich auf Stranger Things irgendwie, weiß nicht, obwohl das ist jetzt schon so lang her, die letzte Staffel, obwohl ich, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das so, obwohl ich 80s und so eigentlich mag, irgendwie habe ich das nie angefangen. Die ersten drei Staffeln habe ich halt so durchgeguckt, weil ich, also ich habe jetzt nicht bei der ersten angefangen, sondern ich habe schon, ich habe glaube angefangen, als zwei oder drei draußen waren, dann konnte ich halt so durchgucken und da ich so dann da drin war, war es halt schon geil, aber jetzt hat es halt so eine lange Pause gehabt und ja, ja, ich weiß nicht. Ich sehe gerade, bei Netflix kommt am 29. Dezember Little Women, Little Women auf, Women, so war ich da ausgetrockene, Little Women, auf Netflix. Wer den nicht gesehen hat, übrigens, guter Film. Ey, ich habe im Kino geweint, ey. Ich bin nicht so ein großer Fan wie du, aber ich fand den auf jeden Fall nicht schlecht. Den kann man sich gut angucken, ist auch berührend und einfach schön. Einfach schön. Und auch gut produziert, guter Cast, also kann man nicht viel falsch machen mit. Also es ist auf keinen Fall irgendwie so verschwendete Zeit oder so. Nee, auf keinen Fall. Also natürlich muss man irgendwie ein bisschen das Genre mögen oder so, aber das wird ja jeder selber wissen. Natürlich. Ja, dann machen wir mal einen Abbinder, ne? Schöne erste Folge. Ja, wir haben noch ein bisschen Probleme, vielleicht reinzukommen. Hier und da irgendwie mal ein bisschen gestockt, aber naja. Das wird schon. Ja, nee, wir bleiben jetzt bei dieser schlechten Qualität. Ja, Da wird jetzt, also wenn, dann wird es noch runtergehen von der Qualität. Runtergehen, ja. Wir kaufen uns bei noch schlechtere Mikros, ne? Ja, das ist auch eine gute Idee. 30 Euro Mikros. Ja. Und dann wird es richtig gut. Ich nehme ein Webcam-Mikro, das klingt gut, oder? Webcam-Mikro. Das ist das Schlechtste, was mir gerade eingefallen ist. Ja, dann danke fürs Zuhören. Ich glaube, das waren eh nur Leute, die uns so oder so schon kennen. Ja, wir grüßen einmal Jonathan, Dennis und Janik. Ja. Und Cedric. Und mehr Leute werden das auch nie hören. Mehr Leute, hallo an unsere fünf Zuhörer. Ich glaube, die werden das nicht mehr komplett anhören. Deswegen werden die auch hier nie hinkommen. Jonathan wird nach zehn Minuten aber ausschalten, weil es zu viel ist. Ja, der ist auch nicht so der Mega-Film-Enthusiast. Aber an die anderen, hört es bitte ganz an. Ja, so. Wollen wir noch eine catchy Frage reinnehmen, damit die dann mit uns... Das macht ultra Sinn, gegen Ende zu sagen, ja, hört es bis zum Ende. Ah, stimmt. Aber ich habe gedacht, wir nehmen jetzt noch so eine Fun-Frage mit rein, damit es nur die beantworten können, die das Ganze bis zum Ende geguckt haben. Er gehört, meine ich. Ja, dann überleg dir mal was. Ja. Cool. Ja. Ja. Ja, was war der letzte Film, über den wir gesprochen haben? Das könnte man doch easy beantworten. ich habe, ich habe, ich habe von diesem Safe Ralph gesehen, diesen Kurzfilm. Nee. Habe ich letztens geguckt. War gut, aber halt so eine, also ist so eine, ist so eine Kritik an, äh, Tierversuchen. Ja. In so Stop-Motion, ähm, Manier. Hat man leider schon, halt schon echt, äh, häufig gesehen, aber war gut gemacht. Okay. Ja. Wollte ich nochmal gucken, gucken, sagen einfach. Ja. Könnte ich anschauen auf YouTube. Safe Ralph. Sehr gut. Ja. Ja, das, äh, war's dann. Das war's von uns. Final, jetzt endlich mal, nachdem wir noch ein bisschen geredet haben. Danke fürs Zuhören und, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir wissen noch nicht genau, wann, oder wie oft es kommt. Dieses, wir haben ja gesagt, alle zwei Wochen oder so, was haben wir gesagt? Dieses Experiment. Dieses Experiment von Podcast. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.